In unserem Intensivkurs für Golfer mit Handicap perfektionieren wir Ihr Golfspiel. Täglich arbeiten wir an verschiedenen Bereichen Ihres Golfspiels. Um konstanter zu werden, gehen wir immer wieder die gleichen Schritte durch. Das Schlagkonzept perfektionieren und dann ein sicheres Umsetzen auf dem Golfplatz. Weg vom Toppen und Slicen hin zum satten Ballbodenkontakt und geraden Abschlägen. Handicapverbesserungen führen nicht am kurzen Spiel vorbei. Mit täglichem Training und dem Spielen auf dem Golfplatz lernt der Golfer, vor allem im kurzen Spiel, sich Optionen zu schaffen und so einfacher und sicherer zur Fahne zu kommen. Sie lernen clever zu planen und erfolgreich auszuführen. Die Basis zu einem konstanteren Ergebnis bleibt die Grundlagenarbeit auf der Driving Range. Video unterstützt uns Golflehrer bei der Analyse und hilft dem Schüler, ein Gefühl mit einem Bild zu verknüpfen. Der Lernerfolg ist garantiert. Profitieren Sie von Michel Monards außergewöhnlichen Putting-Unterricht. Er hat sich aufs Putten mit vielen Weiterbildungen spezialisiert. Das Bedienen der Fahne scheint ihm aber doch noch Mühe zu machen. Golfregeln und Etikette werden bei uns nicht vernachlässigt. In Cap de Pera bieten wir Ihnen auch einen Reparatur- und Schlägerfitting-Service an. Neue Griffe und Schäfte oder ein neues Golfset nach Maß. Fragen Sie uns nach Details. Vor und nach dem Golfen können Sie auf unserer wunderschönen Clubhouse-Terrasse verweilen und die hervorragende mediterrane und internationale Küche genießen. Den kostenfreien Wireless-Internetzugang im Clubhouse-Bereich dürfen Sie gerne nutzen. Erleben Sie mit uns einen unvergesslichen Golfurlaub auf einer faszinierenden und vielseitigen Insel wie Mallorca. Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Der Nordosten Mallorcas zum Beispiel ist bekannt für unverbaute Natur, schöne Strände, mediterrane Dorfatmosphäre mit kleinen Cafés zum Verweilen, aber auch Hafenpromenaden mit lokaler Gastronomie. Bei der Suche nach einem geeigneten Hotel, einer Mietfinca auf dem Lande oder nach den schönsten Stränden oder netten Restaurants helfen wir Ihnen gerne. Auch wer Mallorca kennt, wird immer wieder schöne Flecken entdecken. Nutzen Sie die golffreie Zeit für Ausflüge oder zum Relaxen. Unverbindliche Anfragen können Sie per Telefon bewerkstelligen oder Sie senden uns das Anfrageformular zu. Willkommen in der Golfschule Michel Monard auf Mallorca.